Der große Donio's halben Clueso-Coverabend. Ja stimmt, der Ryder hängt noch vom Clueso übrigens im Backstage. Wann ist der aufgetreten? Gestern? Ja, vor ein paar Tagen. Was? Wann? Siehste? Clueso-Fans hier, Donny. Gibt alles. Okay. Okay, wow. Okay. Okay, das waren original die falschen Akkorde. Glaubt man das denn draußen? Seid ihr gut drauf? Hatte Bock? Okay. Du kommst mir entgegen. Und ich seh's in deinem Blick. Du willst nach rechts gehen. Und es wär nach rechts. Wir stehen uns gegenüber. Und ich denk mir, was soll der Scheiß? Wir kommen hier bloß raus. Nein, das ist gar nicht so nice. Wieso, gehst du immer lang, wo ich lang geh? Wieso, lässt du mich nicht vorbei? Wieso, gehst du immer lang, wo ich lang geh? Wieso, lässt du mich nicht vorbei? 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 Und jetzt gehst du zur Seite. Und ich wollte gerade das selbe tun Wie kommen wir jetzt hier raus? Und ich frag dich und sage mir nur Wieso gehst du immer lang, wo ich rangeh? Wieso lässt du mich nicht vorbei? Wieso gehst du immer lang, wo ich rangeh? Wieso lässt du mich nicht vorbei? 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 Lässt du mich nicht vorbei?